Ich darf euch begrüßen hier beim Bauer und Wirt Langthaler in Bömmling, vier Kilometer Oberhalb von Emmersdorf an der Donau, in der schönen Wachau-Gemeinde. Wie der Name sagt, Bauer und Wirt, betreiben wir einen Bauernhof mit Rotwildgehege, wo zum Beispiel vom Hirschkalb der Rotwildrücken herkommt. Weiters noch das Wachauer Strohschwein, wo die Edelteile wieder in der Küche verarbeitet werden oder in der Selchkammer diverse Pasteten, Würste und und gefertigt und produziert wird. Wir befinden uns jetzt in unserem Hofladen, dem sogenannten Jausenkistl. 24 Stunden für euch geöffnet. Ihr findet hier Spezialitäten vom Rothirsch oder vom Strohschwein und wir freuen uns auch, dass wir euch dann zeigen können an unseren schönen Abendteierspielplatz oder den Kräutergarten. Alles weitere, was der Gastbetrieb noch bietet, für die Gäste wird uns dann meine Frau Sonja erklären. Ich darf euch heute bei uns in der Gaststum begrüßen, bei der traditionellen Jause, was wir produzieren und auch bei der bodenständigen bäuerlichen Küche haben wir auch und ich darf mich freuen, wenn ich euch bei uns am Hof begrüßen darf. Prost! Bei uns gibt es die Möglichkeit mit der Kutsche zu verschiedensten Aussichtspunkten zu fahren und dann die Speisen bei uns im Hof oder auf der Terrasse zu genießen. Gebt ihr hier auf einmal eine Runde! Ja!